Jetzt ist der Moment der Entscheidung für Sie gekommen. Jetzt können Sie sich entscheiden, welche CD Sie mit nach Hause möchten. Sie dürfen auch ohne CD gehen, aber ich würde mich freuen, wenn Sie mich besuchen am CD-Tisch. Da stehe ich dann mit Stift und lächeln und berate Sie gerne. Ich verrate Ihnen, dass die erste Hälfte sozusagen die CD in weiß ist und die zweite CD die türkisene CD. Also je nachdem, was Ihre Lieblingsfarbe ist, können Sie dann entscheiden. Und das auch mit nach Hause nehmen, dann auch mit vielen anderen Musikern, die heute nicht auf der Bühne sind, sondern mehr in 2D. Ja, ich spiele noch einen Song für Sie. Ich möchte mich an der Stelle bedanken. Es ist eine große Freude, wieder hier in der Zulokulturbar aufzutreten, diesmal sogar mit Geflügel. Also wirklich schön, wieder hier zu sein. Ich verfolge so, was hier passiert, auch per Facebook und ich drücke Ihnen die Daumen in Berlin. Ich hoffe, dass es das auch nächstes Jahr noch gibt, dass ich dann auch wiederkommen kann. Also in diesem Sinne, Martin, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Einen Applaus. Manchmal braucht es nur einen Menschen und der zeigt einem, dass die Welt nicht ganz so schlecht ist, wie sie oft scheint. Und der verwandelt plötzlich den Regen in ein Sonnenblumenparadies. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit dem Song All is Well und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit dem Song All is Well. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit dem Song All is Well. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit dem Song All is Well. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit dem Song All is Well. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit dem Song All is Well. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit dem Song All is Well. Und wenn ich mich jetzt mit dem Song All is Well. Musik 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 All is worthwhile, all is well, all is worthwhile when I'm with you.